Welche Firmen haben wir in der Schweiz? Wir haben sicher in der Schweiz Firmen, die schon gut unterwegs sind. Es sind vielleicht 15 Prozent, die wirklich gut unterwegs sind. Man sagt eben so die Innovators und die Early Adopters. Jetzt geht es darum, die erste Hälfte, das wären die nächsten 35 Prozent, richtig gut unterwegs zu bringen. Da haben wir angefangen. Aber ich würde sagen, die Firmen sind noch nicht am Ziel und haben noch nicht die nötige Traction. Und irgendwann wird dann die spätere Hälfte, die Late Majority auch noch kommen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir unterwegs sind. Aber ich möchte die Geschwindigkeit erhöhen. Ich glaube, wenn wir das aus einer industriellen Perspektive ansehen, beim Consumer mag es etwas anders sein. Aber im B2B-Business, denke ich, ist es entscheidend, dass die Firmen wirklich diese modernen Methoden, Technologien auch einsetzen, um zusätzlichen Kundennutzen zu schaffen. Entweder, dass sie ihre Fabriken effizienter, schlanker, agiler machen oder dass sie wirklich neue Dienstleistungen, neue Produkte anbieten, Datenanalyse machen für ihre Kunden, Smart-Products haben, alle im Internet of Things vernetzt, die selbstlernend sind. Also in diesen Bereichen haben wir erste Schritte gemacht. Aber es muss noch sehr viel mehr passieren. Ich glaube, wenn man nach Asien geht, spürt man, dass dort ein anderes Tempo ist. Und ich finde das befruchtend. Es ist wichtig, denn die Bedürfnisse unserer Kunden wandeln sich schneller. Auch die Technologie wandelt sich schneller. Die Lebenszyklus der Innovation werden kürzer. Und damit ist es umso wichtiger, dass wir wirklich auch die Ambition haben, schnell zu sein, unsere Prozesszyklen zu halbieren, um wirklich vorne mit dabei zu bleiben und nicht zurückzufahren. Ich würde raten, an der Kultur zu arbeiten, weil wir müssen wegkommen von dieser langfristig mit riesigen, programmenorientierten Kultur und wir müssen lernen, mehr zu experimentieren. Wir müssen kleine Schritte tun, schauen, ob das Kundennutz schafft, wenn es schafft, dort weitermachen, wenn es keinen schafft, aufhören. Und ich glaube, das hat viel auch mit Delegation von Verantwortung an die Leute im Feld, an die Entwicklung zu tun und je mehr wir zentralisieren, desto mehr behindern wir dieses dynamische, experimentierfreudige Umfeld. Ich würde an der Kultur zuerst arbeiten. Ja, also ich glaube, gerade wir Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer sind etwas Perfektionisten und das müssen wir anlernen. Wir müssen das weg lernen und müssen dafür lernen, etwas mutiger, etwas experimentierfreudiger zu sein, auch zuzulassen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter experimentieren dürfen und daraus schnell lernen und herausfinden, was funktioniert, was schafft Kundennutzen, was funktioniert nicht. Ich glaube, wir sind hier insbesondere in der Schweiz und Deutschland vielleicht etwas überperfektionistisch und auch das wäre ein Teil des Kulturwandels. Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung enorme Chancen für die Maschinenindustrie in der Schweiz, überhaupt die Industrie in der Schweiz gibt, sich in diesem Wettbewerbsrennen neu zu positionieren, weil alle müssen sich ein bisschen verändern und damit sind die schnellsten, die agilsten sind die, die sich neu positionieren können. Und dafür braucht es eben eine Bereitschaft zum Experimentieren, es braucht Neugierde, es braucht die Fähigkeit, mal etwas Neues auszuprobieren, etwas aus den starren Bahnen herauszukommen. Und das ist nicht zuletzt auch eine Aufgabe der Führung. Konzen in der Schweiz und das ist nicht zuletzt auch eine Aufgabe der Führung. Vielen Dank.